Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Maker 2, natürlich wieder mit Kino im vernetzten Spiel. Moin moin. Es ändert sich einfach nicht und es wird auch so lange Zeit noch bleiben. Ja, das Jahr ist lang. Und ehe wir uns versehen, im November stehen wir auf einmal bei Folge 430. Okay, das wäre schon etwas krass. Das wäre wirklich krass. Da müssten wir mehr als eine Folge am Tag rausfinden. Ja. Okay, das Level sieht schon mal vielversprechend aus. Ja, die Piranha-Fanzen, die machen wir gerade... Was war jetzt? Ich bin einfach dagegen. Ich kann mir behindern uns schon wieder mehr selbst. Ne, das Level sieht mega geil aus. Das sieht auch geil aus. Okay, das ist... Piranha-Fanzen haut ab. Achso, okay. Äh. 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 Ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ne, ne, ist jetzt nichts sonderlich schwieriges. Ja, gut. Das Teil prallt da ab, das heißt, da brauchen wir uns keine Angst, keine Sorgen machen. Okay, Achtung, da müssen wir jetzt... Ich hab's gerade... Ich hab's jetzt zu spät... Ein kleiner Moment früher zu sagen wäre es wohl ganz schön. Ja, ich hab's gerade zu spät gesehen. Oh. Ey, mach doch jetzt nicht diesen. Was ist das denn? Aus den Röhren kommen auch Spikes raus. Pass das bitte. Komm, 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 komm. Hartz IV, Hartz IV, Hartz IV. Hartz IV. Achso, kann der gar nicht hoch. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Ja, super. Der kam zur falschen Zeit. Jetzt ist der Sync auch noch. Das ist das Schlimme. Jetzt haben wir noch ein ganzes Hindernis mehr hier. Warte, warte, warte. Jetzt. Das war der Controller. Jetzt sind die wieder Sync. Das war der Controller. Ja, weil ich auf der anderen Röhre hingegangen bin. Aber das war jetzt gerade der Controller. Hast du's? Ja. Oh nein, nein, nein. Achso, ja gut. Okay, ich hab's auch geschafft. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn mir das wegsnächst... Ich bin extra weggegangen jetzt. Hä? Ja, bestimmt. Alter. Ja, es geht so. Ja, okay. So geht's auch. Ja, es ist gerade ein bisschen kompliziert. Oh, ich bin oben. Und da geht's natürlich so weiter, wie's aufgehört hat. Aber eins muss ich sagen, das gefällt mir echt. Also, das Level ist mal zu abwechslung was Cooles. Ja, ich find das auch ganz schön. Aber jetzt fängt er an zum Durchdrehen. Aber so richtig. Da ist eine Halbzeitfahne. Oh mein Gott, ich fühl mich grad... ...Level mit Pockies. Auf die warte ich schon länger mal. Das hat wirklich mal ein gutes Level gekostet. Jetzt kommen wir hier mal runter. Zur Halbzeitfahne. Ah, okay, das ist blöd. Na, vielleicht wenn ich dann... Ach man, ey, der hat einen Schlüssel, sag ich dir. Natürlich hat er einen Schlüssel. Komm, rein da, rein da. Rein da, da kommt die starke Kugel! Oh, Mann. Ich dachte gerade wieder, ich wäre Luigi. Ich merke mir das nie. Merkt ihr das bitte? Wofür braucht ihr einen Checkpoint? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich google mal ganz kurz. Vielleicht sagt... Computer sagt vielleicht eine Antwort. Aber ich glaube, Computer sagt nein. Google sagt nein. Och, meine Güte. Okay, das Level kann man... Ich würde jetzt sagen, da gebe ich eine 9. Ah, das kriegt eine Flotte 8. Also eine 10 haben wir logischerweise noch nicht gehabt. Eine 0 hatte ich schon letztes Mal. Ach, eine 10, da muss wirklich richtig... Also da müsste das Level noch ein bisschen mehr sein und noch ein paar Rieselpassagen. Dann wäre es für mich eine 10 gewesen. Also wenn ich so sage, 2, 3 Rieselpassagen wie das mit dem Cooper, die was du drüber steuern musst mit den Schaltblöcken. Wenn er sowas noch reingebaut hätte, ich glaube, dann hätte ich vielleicht sogar eine 9 bis 10 gegeben. Also das war schon aber in Richtung Perfektion. Sammle alle 10er Münzen. Och nee. Wenn ich eine 10 gebe, muss das Level der Hammer sein. Oder damit meine ich nicht die Hammer, Brüder. Ja, ich mache mal ganz kurz. Oh ja, super, da oben ist ein Block. Ich sage dir jetzt schon, da geht es weiter, oder? Da ist ein Steinblock. Ja, okay. Ich sage dir, da sind nur... Danke, Steinblock. Ich verstehe es nicht. Achso, was... Hä? Oh, schön. Achso, hey, geil. Danke, Kino. Möchtest du jetzt hoch? Nee. Ja, wir müssen den auslösen, dass der Steinblock da bleibt, das Plattform. Ich verstehe schon. Wahrscheinlich müsste er von der anderen Seite noch irgendwie hoch. Ich weiß noch nicht wie. Warte, ich probiere einfach mal. Du meinst das jetzt... Achso. Ja, ich sehe schon. Ach man, ich... Also einerseits finde ich die Idee schon wieder cool, aber zum anderen ist es schon wieder Abfuck pur. Ja, und das wird jetzt wahrscheinlich genau über die Röhre sein, sage ich dir. Pff. Lasst... Kannst du es bitte mich übernehmen lassen? Ich will auch mal einen Spaß haben. Ja, okay, und der Steinblock ist down. Ich habe den gerade gekillt. Der hat aber viel die Aufnahme bei mir. Und da wird wahrscheinlich jetzt eine Katzenglocke. Exactly. Da ist Hammer, Brüder. Also, nee. Also ist das Video der Hammer, oder? Nee, es sind Cooper. So, ich sage mal, da geht es rein. Nee, geht es nicht. Ja gut, das sind wir schon mal falsch, würde ich sagen. Außer es geht da oben hoch. Nee, geht nicht, da wird es weiter scrollen. Also manche Sachen weiß ich auch so, dass man da... Das hat keiner gesehen, okay? Das war ein Anzeigefehler. Da hast du doch den Cooper nach unten... Äh... Hier. Geh mal kurz weg da. Ja. Hättest du... Ich hatte keine Zeit zum Weggehen. Du warst schon wieder schneller als ich. Hä? Kann es irgendwie sein? Kannst du dich auch zu mir spawnen, ne? Ich habe eine andere Idee. Was ist denn mit der Röhre da am Anfang? Welche Röhre am Anfang? Da ist am Anfang eine Röhre, da ist ein Gumba und ein Stachy drin. Ein Stachy kann ich nicht killen. Ach so. Was ist denn, wenn du einen Cooper nimmst und herbringst? Und da wäre eine Stampfattacke möglich. Ja. Das ist nur ein Selbstbautraum. Hahaha. Das zum Thema. Ah, guck mal. Ich habe eine Röhre gefunden. Okay, das geht auch. Ich hatte sonst nur mal die eine Methode. Oh. Katzenpauser. Der war jetzt ein bisschen vielleicht verwirrt, aber okay. Oh, nicht dein Ernst. Ich gehe da mal kurz weiter weg. Ja, super. Natürlich. Da ist... Wie kann man den Katzenpauser nochmal... Aber hier sind Sterne. Ich komme noch nicht an. Warte. Ich bin gerade viel zu dumm an, in den Stern zu kommen. Ja, da oben. Ja, ach komm. Das ist doch ein Witz. Mann, kann ich den... Ja, ich kann nicht drauf springen. Da ist eine Sackgasse. Und beim anderen kommst du genau falsch raus. Okay, ich bin gleich wieder dort. Ich laufe nochmal kurz hin. Nicht Stampfattacke, Junge. Hast du eine Stampfattacke? Ja, ich habe gerade so gesehen eine Stampfattacke gemacht. Ach so, jetzt hat du redest mit mir. Oh Gott. Wir sind Idioten. Wir brauchen einen Katzenanzug. Wir brauchen einfach einen Katzenanzug. Ganz einfach. Noch eine bessere Methode. Ich nenne den Kuba mit. Ich bin da. Ich habe mich einfach mit dem Katzensprung jetzt hochgerettet. So, jetzt kommt her, meine Freunde. Tanzt mit mir. Kommst du bitte schnell, bevor ich sterbe? Ja, was ist das denn hier? Hab das jetzt was gebracht? Oh. Man kommt ja tatsächlich hoch. Da war eine Treppe tatsächlich. Ey, ganz ehrlich. Es ist schon wieder so. Es ist schon wieder so abfuck. So, die Ding nehme ich jetzt mal nicht. Mit diesem Pfeil. Ach, da hängt ein Schlüssel drin. Jetzt habe ich ihn. Und da unten. Ey. Zurück, zurück, zurück. Wir müssen in die andere Schlüsseltür. Okay. Warte. Nehmt die ab. Sorry. Du hast mich fast weggeschubst, ne? Ja, es ging mit der Katze gerade nicht anders. Und zwar, wir müssen jetzt da in die obere Röhre rein. Da ist nämlich eine Schlüsseltür. Und da kommen wir dann in dieses Ding rein, wo der Stachy davor ist. Ah, so. Und da können wir jetzt nämlich da rein in die Röhre. In die Wunderröhre. Ja, und da ist eine grüne Röhre. Und da sind wir hoffentlich am Zieh... Hä? Es gibt eine Zielbedingung. Zehnermünzen. Ach, stimmt. Okay. Das ist jetzt echt... Kannst du die ganz schnell holen? Ich bleib da mal da. Ich such's mal. Ich muss da mal zwei Sekunden da... Ich weiß nicht, wo die sind. Gib dir Mühe. Ich bleib dabei da. Da ist eine. Ja, es gibt nur mal eine. Es gibt nur mal eine. Die andere haben wir schon. Oh, verdammt. Sammle die ganz schnell. Acht. Sieben. Ja, ich muss erst mal hinkommen. Fünf. Nein, das wäre nichts. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nein. Nein. Ey, an die Ziehnermünze hab ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hab nicht. Ich sag mal Respekt-Levelersteller. Wir haben echt erst an das Teil vergessen. Wenn das gewollt war, dann kriegst du von mir... Einen... Das sag ich jetzt nicht. Ach, komm. Ja, du bist so ein Troller. Sag ich dir. Ich wollte gerade sagen Roller. Roller. Du bist so ein Taschentuch. Du bist so ein Taschentuch. Du bist so eine Kreditkarte. Du bist... Du bist so ein Backblech. Jetzt fängt das Thema wieder an. Ja. Nein! Nein! Und ich land natürlich genau drauf auf den Teil. Mann, Stachidu. Wir können hier sogar... Wir brauchen hier gar nicht auslösen. Ja, brauchen wir auch gar nicht. Also es war wieder nur komplett unnötige Leier, was wir gemacht haben. Wie immer. Ach man, Markus. Das war wieder der Guxa-Move. Und der zweite kommt hinterher. Oh Gott, ich war gerade verwirrt. Hier war das. Ich geh mal ganz schnell wieder hoch. Ey, wo war denn die erste Zehner-Münze? Weißt du das noch? Ja, die hab ich schon irgendwie gesammelt. Ich weiß nicht mehr wie. Das war eh die da unten, glaub ich. Nein! Das ist doch ein Witz. Was bin ich denn für ein Trottel? Ich wollte doch gar nicht in die Röhre rein. Ja, ich hab... Ich war auch wieder verwirrt die ganze Zeit. Also diese versteckten Blöcke, die gehen mir halt gerade voll auf den Zeiger. Ja, die gehen sofort von auf die Nerven. Ja, ist irgendein Beuteltier, was das wieder gebaut hat. Zeig ich dir. Man, ich hab auch eine Katzen-Mario für die eine Feuerblume. Für die eine Münze, meine ich. Für die eine Münze. Ich denk mir gerade, für was für eine Feuerblume redest du da gerade? Für die eine halt. Also der, also der Ding ist halt... Ah, wie komm ich denn da rein? Welche meinst? Du kannst doch die Blöcke zerstören. Ne, Katzen-Mario hat die gar nicht zerstören. Ne, die Blöcke sind unzerstörbar. Ähm, warte, ich töte mich. Wie kannst du, wieso tötest du? Ich komm einfach, genau, warte. Dann kann ich da unten ja durch. Oder kommst du da irgendwie so durch? Sicher, mit Katzen-Mario. Der Katzen-Mario hat ne gute Ding. Der kann nämlich klein und groß sein in dem Art und Weise. Gut, das heißt, wir sind jetzt eigentlich am Ziel. Weil da ist direkt die Zielfahne dahinter. Nice! Haben wir das Level doch noch geschafft. Ja. Also ich dachte jetzt ehrlich gesagt damit nicht... Och komm. Jetzt will ich die Bombe auch noch ins Ziel nehmen. Das wäre natürlich wieder typisch Kuxa gewesen. War das nicht schon das zweite Level, Leute? Weiß ich, ja auch nicht. Ja, der Baum war vorher noch. Oh, Alter, das habe ich schon wieder vergessen. Was für ein Baum? Ja, das was wir gerade vorher hatten im Dschungel-Web. Du weißt schon, mit Mario World. Da, wo wir gerade gesagt haben, das war so gut. Also schon gar nicht mehr, ob das diese Folge oder letzte Folge war. Ja, das war jetzt gerade die Folge. Oder? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub nicht. Ich meine, das wäre jetzt die erste Folge. Leute, Leute, wir haben etwa eine 20-Minuten-Folge oder eine 7-Minuten-Folge. Das werden wir gucken. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.